Das bedeutet wirklich vielen Dank, du bist echt... Auf dich! Aha, auf dich! Dass du mir immer hilfst und immer für mich da bist. Das ist wirklich was, was... Ah! Scheiße, bin ich aufgeregt! Fühlt sich denn wirklich bereit, schon ein neues Pferd zu besteigen? Hell yeah, sowas von. Wow! Das sieht auf jeden Fall mega aus. Also in dem Outfit kann auf jeden Fall nichts mehr schief gehen. Ich hab keine Ahnung. Süße, ich... Ich hab vier Jahre lang keinen Sex mehr gehabt. Bitte was? Krass, jetzt tu mich so entsetzt. Du weißt ganz genau, dass wir nur noch wegen der Kinder zusammen waren. Da hat es keine Nähe mehr gegeben. Körperlich schon gar nichts. Krass, aber mega, dass du heute rausgehst. Ich glaube, ich wäre voll aus der Übung. Sag du mir, ob ich aus der Übung bin. Was ist das denn jetzt? Ich hab keine Ahnung, nicht mehr so. Aber es fühlt sich gut an. Ach, Gott. Du weißt, Gott. Untertitelung. BR 2018